Im vergangenen Monat überraschte Halsey ihre Fans. Die Sängerin hat sich mit Arvan Jogia verlobt. Der Schauspieler ist bekannt aus der Serie Victorious und seit September 2023 ihr Partner. In einer Folge des Podcasts Call Her Daddy teilte Halsey weitere romantische Details. Arvan ging in Barcelona vor ihr auf die Knie, der Stadt, in der sie zusammenkam. Es ist ein besonderer Ort für die beiden, an dem sie zu Beginn viel Zeit verbrachten. Wie sie im Podcast Call Her Daddy schwärmte, es ist etwas ganz Besonderes für uns. Anfangs war Halsey sich nicht sicher, ob sie bereit für eine Verlobung ist. Aber sie dachte, du bist die tollste Person, die ich je getroffen habe, also geh nicht weg. Die Sängerin war nie ein großer Fan der Ehe gewesen. Aber mit Arvan änderte sich ihre Einstellung. Sie sagte, ich konnte den Sinn einer Heirat nicht wirklich verstehen. Aber Arvan hat etwas an sich. Da wusste ich einfach, dass ich ihn heiraten wollte. Doch kurz nach der Verlobung musste Arvan nach Kanada reisen, um dort sechs Monate zu drehen. Halsey betonte im Podcast, dass sie ihre frische Verlobung noch nicht richtig genießen konnten. Aber sie bleibt optimistisch. Er kommt bald nach Hause und dann werden wir unsere Zeit haben. Das Paar ist seit September 2023 zusammen und freut sich auf den nächsten Schritt in ihrer Beziehung.